Die österreichische Bundesregierung wird auch befordert im Sinne der Ausbildungssicherheit für Lehrlinge und die auszubildenden Unternehmen, welche ansonsten keine Lehrlinge hätten, eine Lösung nach Vorbild des deutschen 3 plus 2 Modells oder ähnliches zur Behinderung der Abschiebung von Lehrlingen zu verwirklichen und damit die Fachkräfte Zukunft des Wirtschaftsstandards Österreich zu sichern. Wer damit einverstanden ist, bitte ich um eine Zeitung und Zustimmung. Nicht die Einzige. Gegenstimmen. Moment, jetzt wird es wieder kompliziert. Gegenstimmen. Hübler, Kalsch, Pitsch, Pichler, Eichholzer, Moser, Schachner, Tor, Monika, Ilse, Josef, Helene, Helene, Gut, Enthaltungen, Gerhard, Heimer, Georgie, Sieber. Damit ist der Antrag mehrheitlich abgelehnt.